willkommen trader wir haben dienstag zweiter handelstag der woche 8 uhr 30 pünktlich zeit um in die märkte zu schauen und ein paar handels ideen zu besprechen und selbstverständlich gerne auch den ein oder anderen wunschmarkt hier an dieser stelle mit ins programm aufzunehmen und die charts entsprechend hier zu beleuchten allen zuschauerinnen und zuschauern wie immer auch neben dem guten morgen wunsch die bitte gegeben wer mag direkt rein in die chats auf go to webinar oder auch auf facebook dann kann ich die wunschmärkte direkt sehen oder fragen hier direkt beantworten bevor wir ins webinar starten starten wir wie gewohnt mit dem risikohinweis der ist in gänze zur kenntnis zu nehmen und zwar dass der handel mit devisen und cfds auf margine zu verlusten führen kann ich hatte gesagt beziehungsweise im blog geschrieben in den europäischen aktien indizes sind flaggen ersichtlich in bärischer natur das heißt da könnte einiges auf uns zukommen wir schauen heute als vertreter in den handels ideen auf den euro stocks 50 wir gucken natürlich auch in den dax mal rein wir schauen bei den währungspaaren heute ein bisschen in die hinteren reihen euro dänische krone und euro polnischer slot die sind heute hier auf der ur dänische krone hatten wir ja vor kurzem auch konnte schön ein stück weit nach unten mit getradet werden jetzt ist der aufwärtstrend weiter intakt interessant was passiert auf dem weg zum jahreshoch das werden wir gleich in den charts auch sehen danke für die guten morgen grüße an dieser stelle übrigens auch wieder und damit der blick in die heutigen nachrichten wie schon gesagt die woche ist nicht mit so vielen nachrichten gesegnet wichtige nachrichten kommen meistens so ein bisschen hinten rum um das thema brexit um das thema handelsstreit um das thema herr trump und seine politischen verflechtungen all das sind so dinge die sind schwer planbar können aber die märkte beeinflussen das ist aber alles ein thema damit können wir ja und müssen wir als trader leben was haben wir an planbaren nachrichten gesehen heute schon die industrieproduktion in deutschland im für den monat august hier ein leichter zuwachs von 0,3 prozent ich denke das ist ein positives ergebnis im vormonat waren es minus 0,4 erwartet waren minus 0,2 also eine grüne zahl deswegen plus wir bekommen am vormittag aus großbritannien thema arbeitsproduktivität auf die agenda und um 11 uhr 30 spricht ein mpc mitglied also von der britischen notenbank am nachmittag gibt die usa einblicke hier in die erzeuger preise und zwar um 14 uhr 30 und um 19 uhr 50 da spricht herr paul morgen gibt es ja die informationen der fed deswegen sind pauls reden immer extrem wichtig und der markt preist ja auch mittlerweile weitere zinssenkungen auch ein wir haben es ja gesehen der arbeitsmarktbericht der war gemischt nicht so schlecht dass eine rezession unmittelbar vor der tür steht aber auch nicht so gut dass hier die zentralbank nicht tätig werden muss mal schauen was wird 22 30 gibt es noch zahlen vom api rohöl lagerbestand und das war es dann auch mit wichtigen nachrichten für den heutigen tag und damit gehen wir hinein in die charts vorbereitet hier gefangen mal mit den währungen an und wir sehen hier ich weiß keinen euro us dollar sondern wie schon gesagt zweite reihe aber wir haben ja hier viele viele handelsinstrumente und da gibt es halt in anderen währungspaaren auch immer mal etwas kohle zu verdienen um das mal so banal zu sagen wie es ist und wenn man sich hier das währungspaar euro polnischer slotti einmal anschaut dann sieht man auch wie man geld verdienen kann hier oben widerstandslevel unten unterstützungslevel das ganze hat jedes mal gut funktioniert hier während dieser ausgebildeten range oben verkaufssignal abverkauf nach unten hier wieder oben verkaufssignale keine stärke reingekommen zack ging es wieder ordentlich nach unten und was ist unten passiert unten angekommen umkehrsignal zack ging es hoch hier wieder umkehrsignal lage zumindest wenn es hier bestätigt wird haben wir chancen wieder etwas nach oben zu laufen hier der deckel oben ungefähr 4 39 600 und unten der support bei 4 31 600 ich suche uns mal kurz noch etwas kleiner damit wir sehen hier diese untere marke das ist ein support hier war es mal widerstand da sind wir hier drüber gelaufen hier bleibt es wirklich sehr sehr interessant und das schöne oder ich sage an dieser stelle gerne das charmante an solchen ranges wenn sie auch breit genug ist ist ja auch die tatsache was passiert an solchen ranges also an den unter oder überseiten hier wenn hier eine so wichtige marke gebrochen wird dann haben wir durchaus potenzial auch noch ein ganzes stück nach unten zu laufen also es ist schon eine entscheidende stelle an der der markt hier unten notiert bricht zwischen gesagt dann haben wir hier unten den nächsten support hier am trend bildungslevel bei 4 27 500 bzw weiter unten am trend tief bei 4 24 400 das sind ungefähr die zähler die wir hier liegen haben und wie schon sagt wenn der bruch dann kommt dann sehen wir es dann trendet der markt hier nach unten und dann haben wir halt einen abwärtstrend den wir schön nach unten mitnehmen können und der kommt dann auch nicht von ungefähr weil er hat sich ja auch angekündigt hier der schub nach unten ich mache euch das mal kurz in rot damit man es besser erkennen kann als gegentrend zur vorherigen stimmung hier am markt das heißt hier momentan wie schon gesagt noch in der range keine entscheidung getroffen aber wir haben schon ein paar kriterien die durchaus auch für die unterseite sprechen können nämlich dass dass wir hier oben kein höheres hoch geschrieben haben und hier unten müssen wir jetzt sehen brechen wir wirklich drunter haben wir hier ein abwärtstrend der ist dann federführend und der kann durchaus weiter in untere tiefere gipfelde führen kommt es natürlich schön zum abprall mustergültig sozusagen wie wir das hier drüben gesehen haben haben wir gute chancen zur oberseite zumindest ein stück weit nach oben zu laufen wir wissen ja schon hier oben wird die luft oft dünne schauen wir mal in die kleineren zeiteinheiten da sehen wir es nämlich schon wir haben jetzt hier ein level da sind wir gestern schon mal drüber gepikst wenn das bestätigt wird hier an dieser stelle dann haben wir wirklich gute chancen hier oben weiter rein zu laufen schaut mal hier war der letzte schub vom abwärtstrend und wenn wir jetzt tatsächlich aufwärtsdynamik rein bekommen dann haben wir hier einen kleinen aufwärtstrend und dieser kleine aufwärtstrend ist dann das was wir als initial zündung sehen können für eine gegenbewegung innerhalb der range wieder auf dem weg nach oben das wird der markt erst zeigen müssen ob er wirklich hoch will aber wenn er das hier tut dann zeigt er uns an ja ich mag ich trende nach oben und wir haben nach oben hin auch ein paar anlaufpunkte hier schön dieses level um die 4 36 200 beziehungsweise hier oben dann die 4 38 400 die sind ja da die können wir ja nehmen beziehungsweise wir haben hier zwischendrin auch noch ein ausbruchslevel liegen hier unten irgendwo um die marke kleinen augenblick hier unten das hier vier naja knapp 35 hier in diesem bereich also interessant was zu sehen ist gerne auf die agenda damit so wechseln wir zurück in die zeiteinheit des tages und ins währungspaar euro dänische krone auch die hatten wir vor kurzem schon mal da der ein oder andere mag sich daran erinnern hier in diesem chart wir haben darüber gesprochen als letztes hier als der markt oben angestoßen ist in diesem widerstands level hier haben wir gesehen er ist verortet gewesen in diesem grün markierten aufwärtstrend ist hier oben aber angestoßen in der vergangenheit hat er auch hier nicht gleich den durchmarsch geschafft jetzt ist er hier oben wieder angestoßen wir hatten damals darüber gesprochen wir haben die chancen definitiv auf der unterseite auch drauf wir sind schön runter gelaufen jetzt hat er hier im kleinen angefangen wieder nach oben zu trenden und das ist die umkehr der nachfrage die bewegungsumkehr sozusagen aus der korrektur dieses trends der hat es ein low aktuell hier bei 7 46 339 ist jetzt fortgesetzt das heißt an dieser stelle sind wir erst mal in einer trendfortsetzungsphase drinnen gewesen der jetzt natürlich das potenzial auch zur oberseite hat nämlich hier oben in diesem widerstand um die 7 47 2 oben rein zu laufen 240 die chance besteht aber wir dürfen nicht vergessen der bereich in dem wir hier oben sind der ist schon knackig der hat es echt in sich weil wenn man mal schaut hier oben das waren jetzt mal nur spikes ja wir wissen aus den japanischen aktien charts schaut euch das mal ganz kurz an ich ziehe mal kurz den japanischen aktien chart hier rein nehmen wir mal kurz us dollar japanischen yen wir hatten bei den japanischen aktien charts nicht aktien charts währungs charts hatten ja dieses bikes drinnen kurzen augenblick ich suche es mal ganz kurz raus hier schaut euch das mal an wir hatten ja hier ende des jahres diesen spike nach unten ja und da sagt man ja immer naja die spikes die haben nicht so große bedeutung haben sowohl es muss nicht sein dass der markt dorthin läuft aber wenn man sich einfach mal die bewegung des charts anläuft egal wie der markt hat ja bis hier runter abverkauft ist dann hochgelaufen hat korrigiert und hat dann wieder rumgedreht und schaut mal wo wir reingelaufen sind wir sind ganz normal sogar unter dieses spike low reingelaufen weil es einfach der markt gewesen ist der dort runtergelaufen ist und selbst wenn das nur ein spike war hier sind ja trotzdem orders ausgeführt worden das heißt der markt ist bis dahin gegangen das war das trend tief danach gab es eine hohe korrektur und jetzt das ganze dann entsprechend später wieder runter und genau das gleiche kann ja hier in der dänischen krone passieren warum nicht ne es ist ja nicht ausgeschlossen der markt ist ja da hochgelaufen die gründe sei mal dahingestellt heißt also wir haben tatsächlich die chance dass sich dieser laufende trend irgendwann so weit fortsetzt bis wir hier oben ankommen die möglichkeit haben wir nur die verordnung ist wichtig und das was wir hier aktuell auch sehen das ist halt momentan jetzt der schub oben drüber wir haben es gesehen die tageskerze gestern hat hier über diesem level auch geschlossen aber hier innerhalb im spike bereich aber positive nachricht er hat halt geschlossen hier in diesem kleinen spike level hier jetzt kommt es darauf an was passiert wie schon gesagt wir haben die chance nach oben hin das heißt diese bewegung ist noch nicht zu ende die kann normal korrigieren und dann weiter nach oben laufen oder aber wir bekommen hier auch heute im laufe des tages eine umkehr kerze dann schweigen wir das ganze halt zur unterseite dann sind wir gut gelaufen in die bewegung rein übers alte hoch drüber dann kommt es möglicherweise zur korrektur na und dann ist es halt so nur die chancen haben wir auf alle fälle da auch hier mal kurz noch der blick in den chart der stunde und da sehen wir nämlich die schöne bewegung hier schöne bodenbildung und dann fing der markt an von hier unten schön nach oben rauf zu trenden und jetzt macht er halt eine korrektive phase und wie schon gesagt ich habe es auch eingezeichnet wir haben ja ein level der markt könnte ohne probleme hier unten in die sechs entschuldigt vier was haben wir schon 7 46 684 dieses low hier drüben das war das tief der kann ja ohne weiteres bis darunter korrigieren umdrehen und dann weiter nach oben laufen das ist das was der markt uns hier zeigt ich weiß der chart sieht nicht so schick aus wie zum beispiel andere im us dollar yen weil es halt ein chart aus der zweiten reihe ist das heißt für viele wird das jetzt nichts sein was man in den kleinsten zeiteinheiten tradet würde ich auch an dieser stelle nicht unbedingt empfehlen weil wenn man sich immer den fünf minuten chart anschaut dann sieht man einfach der sieht gruselig aus ja nur hey als swing why not da kann man gutes geld verdienen kann man nutzen als beimischung zum portfolio das hier zum währungspaar euro dänische krone und damit ja läuft der markt hier wie er möchte wie immer und wir schauen mal in die indizes rein als vertreter habe ich hier heute mal nicht den dax für die europäischen indizes sondern ich habe mir mal den europäischen leitindex rausgesucht hier den euro stocks 50 im blog hatte ich das auch geschrieben wir haben aktuell eine bullen flag und wenn wir hier bei den indizes gerade sind möchte ich euch mal ganz kurz etwas zeigen und zwar auch mit blick auf die us märkte weil wir wissen ja die us märkte geben häufig die richtung vor und wir haben auch hier momentan in diesen schatz in den in den indizes ein echt unsauberes bild weil wir haben hier steigende hochs und wir haben gleichzeitig fallende tiefs und sowas ist nie nie im leben ein gutes zeichen gewesen für ein bullenmarkt never ever diese trompete führt in aller regel dazu dass es ein hicker gibt und dass die preise sich auch deutlich nach unten ausüben und häufig auch in erratischer art und weise so das ist der erste punkt auf den ich jetzt mal hinaus will bevor wir aber gleich den euro stocks 50 in der handelsidee weiter besprechen möchte ich mal ganz kurz auf was hinweisen ich habe jetzt hier mal einen anderen chart mal rausgenommen das thema auch handelsvorbereitung ich werde das mal in einem spezial webinar für freitags auch mit mit rauf nehmen weil ich sag mal der metatrader 4 der ist gut nutzbar zum traden oder er ist nutzbar zum traden lassen wir mal die bewerbenden die bewerbenden dinge weg nur man braucht halt auch ein vernünftiges chartanalyse tool ja und man kann das ohne probleme mit dem metatrader machen das geht alles das ist kein thema aber es gibt halt eine software am markt die sind dafür einfach besser geeignet um die vorbereitung für den handel zu machen um uns die arbeit als händler einfach zu erleichtern weil warum soll man sich nicht die software zunutze machen und was ich jetzt hier mal raus gefiltert habe ist der transportation index und der dow jones in zusammenschnitt sozusagen das heißt an dieser stelle hier haben wir einen dow jones transportation index der momentan deutlich auch nach unten in die knie geht wenn man das mal so sieht wir haben hier einen starken abwärts move nach unten und das ist in der regel immer ein zeichen dafür dass in den usa weniger waren transportiert werden und wir wissen ja selber wenn weniger waren transportiert werden dann hat das ursache in der wirtschaft und wir haben ja auch gehört beispielsweise fedex hat seine gewinnprognosen gekappt weil einfach weniger sag ich mal transportiert wird und wir sehen hier momentan oder mittlerweile auch das transportation index und der dow jones in die gleiche richtung laufen das muss man sich einfach mal merken wenn das passiert dann hat man momentan den gleichlauf zur unterseite und die wahrscheinlichkeit für weiterfallende kurse ist damit erst einmal weiterhin offen so das hier zum thema handelsvorbereitung und jetzt gehen wir wieder rüber in die europäischen märkte da sehen wir ja auch dass dieser starke ruck der letzte woche in den usa auch passiert ist hier ganz genauso gespielt wurde an den europäischen börsen und hier sehen wir momentan eine schöne flaggenförmige konsolidierung nach diesem starken schub nach unten heißt also an dieser stelle als anlauf level ich nehme mal ganz kurz noch die runden marken raus damit wir das ganze bisschen besser sehen können als anlauf level zur oberseite hin haben wir erst einmal hier dieses letzte bruch level bei 3000 wartet mal ich muss mal hier noch kurz die marker hier an dieser stelle noch verändern so nehme ich das mal raus einfach mal hier wenn euch das auch stört einfach die objekte im hintergrund anklicken dass es vorne ist und fertig ist also hier haben wir stehen die marke von 3479 zählern das war das low hier da sind wir drunter durchgerutscht das ist mal der erste widerstand der zweite widerstand ist hier die marke von ungefähr 3500 zählern die wir hier oben drinnen liegen haben ohne weiteres kann der markt sich natürlich dort hinaus erstrecken und wenn dieses trompetenwirrwarr weiter geht können wir auch ohne probleme weiter oben rauslaufen das heißt an dieser stelle die korrektur ist weiter in vollem gange interessant übrigens auch wo sie zum stehen gekommen ist schaut mal wir haben hier ja dieses große support band in dem stundenchart gehabt als der markt überlegt hat und hier hat man das ausbruchslevel um die marke von 3400 zählern und die 3400 hat gut gehalten um den markt aufzufangen und jetzt sind halt erst mal die käufer am ball und wie schon gesagt nach oben hin haben wir noch einiges am potenzial die beiden widerstands level habe ich ja gezeigt dann haben wir hier noch dieses tages hoch das sieht man auch in der stunde schön bei 3520 zählern das sind erst mal auf alle fälle anlauf level zur oberseite hin die ohne weiteres da sind doch wenn es dann dazu kommt dass dieses bärische korrekturmuster aufgelöst wird und zwar leerbruch mäßig durch die unterseite dann haben wir natürlich der weg nach unten erst einmal frei hier der mittlere weg erst einmal natürlich der bewegung unter dieses trendtief hier aktuell bei 3393 zählern zwischen drinnen die schritte gucken wir uns gleich im stundentrend an und wenn es dazu kommt dann ist der weg nach unten wir sehen es hier gibt es einfach nichts hier ist noch das gap dazwischen der weg ist erst mal da und hier der nächste unterstützungsbereich den haben wir hier am trendtief bei 3269 zählern da ist also einiges an luft zur unterseite wichtiger ist halt dafür dass dieses szenario gespielt wird dass wir hier diesen kanal nach unten verlassen und da blicken wir jetzt mal in die stunde wo wir diesen kanal nämlich sehr sehr schön im trendverlauf sehen schaut mal wie der markt sich hier so stück für stück nach oben schwingt und solange wie dieser schwung noch nicht vorüber ist läuft die korrektur und wie schon gesagt sie kann sich ohne weiteres ja um einiges noch nach oben ausstrecken nur wenn es dann zum bruch kommt das heißt wenn dieser aufwärtstrend gebrochen wird dann sehen wir den weg nach unten hin geebnet und das ist halt im kurzfristigen bereich zu suchen erst einmal hier natürlich die trendtiefs um die marken von 3433 zählern und hier an dieser stelle von 3406 zählern bevor wir dann am trendtief unten ankommen das ist das was wir hier an dieser stelle sehen ähnliches übrigens auch für diejenigen die gerne auch den dax traden hier schauen wir uns den deutschen light index auch noch mal eben mit an hier haben wir den dax und auch im dax sehen wir das gleiche bild hier hier oben natürlich keine trompete hier haben wir auch schön den abwärtstrend weiterhin auch da den hatten wir schon angesprochen nach diesem starken schub nach unten hier und hier läuft jetzt die korrektur auch zur oberseite hin und wenn wir uns das stundenbild mal anschauen ich will euch das mal weiter zeichen hier kurzen augenblick damit die grün bleibt hier ist schön der aufwärtstrend zu sehen und das ist die korrektive phase wie schon gesagt auch das ein schöner trendkanal nach oben der sich hier abwechselt steigende hoch steigende tiefs und solange wie der intakt ist sind wir halt noch im korrektur modus da gibt es nichts zu deuten das ist einfach so wir schreiben hier ein neues hoch nach dem anderen uns wechseln sich höhere tiefs auch ab das ist gut zu sehen das ist wirklich der fortgang dieser korrektiven phase und wenn wir uns das mal anschauen wir laufen jetzt hier mittlerweile in einem widerstandsbereich rein hier mal kurz klein gemacht das ist das ausbruchslevel da laufen wir jetzt ran wenn es weiter nach oben geht hier haben wir noch ein zwischen hoch gehabt bei 12.260 zählern da ist noch luft nach oben das kann der markt durchaus rausnehmen aber wenn dieser aufwärtstrend hier gebrochen wird dann haben wir halt die chance den weg nach unten wieder einzuschlagen und dann sollten wir uns auch zur unterseite hin orientieren und hier bieten uns dann natürlich in dem kleineren zeitrahmen auch die korrektur tiefs der stunde gute anlaufpunkte das heißt hier an dieser stelle wenn es jetzt aktuell brechen würde dann müssten wir erstmal natürlich hier unten drunter unter die 12.070 punkte mark und dann sind die korrektur level nach unten hin da knappe 12.000 hier und hier unten die 11.878 und dann sind wir schon am tief bei 11.818 zähler auch angekommen dass also hier der blick in den dax so jetzt schaue ich noch mal rein in die fragefelder in goto sehe ich keine fragen jetzt schauen wir mal noch in facebook ob ich da was sehe da sehe ich momentan nix danke für die guten morgen grüße noch mal freue mich echt ja ich hoffe es hat gefallen gute trades wünsche ich für den dienstag allen eine gute zeit und wir hören und sehen uns morgen wieder um 8.30 mit dem blick in die märkte kann schon sein dass es an den us indizes heute etwas zäh zu geht weil die näher sozusagen der fett termin rückt die zäher werden ja manchmal auch die bewegungen an den märkten warten wir es ab wir haben dafür auch die währung die wir gut schreden können und damit sehen wir auch wie es weitergehen kann danke und bis morgen